da ist ein blaues 8 bis 16 fach drauf schon jetzt sind ja der schaden ja like panzer faust bitches ist das geil so lasst uns mal dieses schätzchen angucken oh ja baby oh ja genau so will ich das ja genau so wieso kann ich denn was kannst du nicht nehmen die panzer faust ja da hat er mir auch gesagt kein platz ich renne noch mal rein ich gucke erst mal was für eine farbe die hat ja das will ich ja auch gucken abseh welche farbe ist es bei dir warte werde ich gleich sehen ich wollte mir erst mal kurz heilen grün aber ja da war glaube ich ein bisschen viel munition drinnen wenn ich überlege ich habe jetzt vier in der panzer faust ich habe jetzt noch mal alter was ich habe jetzt 13 auf reserve ich habe jetzt hier ne wenn du die panzer faust aufnimmst ist da so viel munition dabei deswegen braucht es so viel platz du wirst das geräusch lieben oh ja ich werde gleich ausprobieren ich verschieße jetzt auch immer ein bisschen armor piercing munition glaube ich weil die stapelt sich sonst so langsam bei mir und ich nehme extra mal fm obwohl nämlich nämlich ap wo damit können wir bestimmt das komplette flugfeld frei platzen oder kannst du noch ein jagdgewehr ablegen naja ja ich weiß nicht wo ich dachte schon die komplette tank runter oder so hauptsache das hat einfach mal direkt ein blaues zielfernrohr mit drauf ne dafür haben wir die ganze zeit das grüne mitgeschleppt ja ich habe die ganze zeit ein anderes grünes noch dabei ich habe ja hier das das ding die machen gleich viel schaden ne deswegen weil ich weiß gar nicht ob ich das hier mitschleppen muss das andere jagdgewehr nur eins mitschleppen bei mir habe ich auch schon ein blaues sechs bis zwölffach für gewehre aber ja komm ich leg es einfach ab infrarot und röntgen restlicht und infrarot ne restlicht braucht man eigentlich nicht ne scheiß drauf ich kann es ja behalten hier ist achtfach und das ist ein sechs bis zwölffach ein blaues sechs bis zwölffach und was habe ich hier drauf ach jetzt habe ich das abgelegt ich idiot acht bis sechzehn fach okay achso mein inventar ist voll ja genau klar dann mache ich hier das sechs bis zwölffach drauf infrarot und röntgensicht dann nehme ich lieber hier restlicht und infrarot da drauf vier bis acht fach werfe ich weg das lege ich auch weg aber ich weiß gar nicht was habe ich denn hier drauf eins bis vier fach und jetzt nehmen wir das gewehr wieder hier nehmen vier bis acht vier bis acht acht bis sechzehn nehmen und die munition nehme ich dafür noch so dann mache ich nämlich hier das das da drauf wieder und macht das hier da drauf die mun von dem abgelegten habe ich schon abgelegt habe ich schon abgelegt die nehme ich nicht mit weil das ist alte nun die brauche ich nicht mehr die jagdgewehre haben unterschiedliche kaliber deswegen die hier ist für das eine jagdgewehr und die hat der kaliber 50 und die 270er die gelbe ist für das andere jagdgewehr exklusiv und hier das hier ist 556er für mein sturmgewehr ja deswegen das ist das bescheuerte eine jagdgewehr haben beide unterschiedliche munitionen aber sind gleich stark angeblich und das mäuse erreicht mir eigentlich vor allem ist da die munition so sauerhaft und du hast nur zwei unterschiedliche versionen von der munition wie viel habe ich denn hier eigentlich drinnen habe ich schon vier drinnen munition so ja bist du glücklich ja ich bin jetzt trotzdem ein kleiner grünen kisten ist vielleicht ist da noch ein großes magazin oder so drinnen für meine heilung ich habe nichts gefunden ich habe aber keine sonypäckchen mehr ja kein problem ich habe da war nichts interessantes mehr drin aber nur das gewehr drinnen oder die panzer faust hier auch nur das okay angriety angriety gredy gredy komm mal auf hier muss ich einmal gegen halten sie ja wenigstens keine zecken mehr drin das kann ist da ok sonst ist ja aber auch glaube ich wirklich nichts mehr drin reicht auch ok ich mache die tür zu so erstmal die scheiß gasmaske abnehmen ich habe noch gar nicht hier das ding gelootet was für ein ding ach den ja das ich mit dem kopf festgesteckt hat mich ein bisschen abgelenkt von den veranstaltungen oh gott und diese stressmusik ja jetzt geht es mir langsam echt auf den keks wir gehen weiter geradeaus oder ich weiß noch nicht wenn wir schon mal hier unten sind wir ja aber ich habe jetzt wirklich nur die die fmg ammo drin weil von der ap habe ich nur 17 schuss ja hier nochmal durch die container durchgehen wir hier ist nämlich noch ein container so ein abgelegener container das könnte interessant sein da ist bestimmt jetzt nichts drin pass auf aber doch munition ja hier ist eine moon kiste aber keine tolle sachen kiste erste hilfe sets hier drüben in der blauen kiste schalldämpfer für jagdgewehre schalldämpfer für präzisionsgewehr wäre jetzt geil auf das ding hier noch ein schally dann hörte ich keine sau und die fallen um einfach so haarnadel ich glaube die brauche ich noch ne ja ich habe nur 16 im moment ich habe noch 16 ich habe noch 16 die findest du so oft party techno wollte ich jetzt noch irgendwas wegwerfen nee also ich stehe hier vorne beim ersten container warte mal ich könnte so ein kleines erste hilfe set nehmen ich denke mal wenn wir jetzt gleich oben raus gehen haben wir ein kleines problem hier war die blaue kiste war das da drinnen ja macht ihr keinen stress da war nun vollmantel vollmantel stecke ich fest hier habe ich kurz ich weiß dass ihr mich gehört habt ich weiß auch dass ihr noch da draußen seid und dass ihr total geiles interesse an mir habt ihr seid so ratten scharf auf mich ich weiß gar nicht wie ich damit umgehen soll bin ich noch ne grüne kiste rechts nee doch nicht doch kein toter soldat mehr hier ist noch so eine art vorratsraum dumm 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 dass sie einen so durch die wände und so orten können das schon echt scheiße das geht ja irgendwann echt auf den keks das war wo hier ist noch irgendwo ein vorratsraum hast du gesagt hier noch ein stückchen weiter hier rechts hinter dem lkw hier das sieht aus wie ein lager oder so hier in den lkw habe ich nicht rein nichts drin nehmen wir lieber das ding hier in die hand lkw halb offen ja ist nur die munitionskiste armor piercing okay da ist sonst nichts hier ist noch ein orange hier oben war noch eine kiste ne achso hier habe ich nicht gesehen hier ist leer da oben ja jagdgewehr munition brauche ich jetzt nicht hier drüben geht es auch noch weiter luftwaffen stützpunkt hier oben geht es eine treppe hoch ich guck mal wohin ich komme dann sofort wieder zurück falls es hässlich wird langer weg gezogene kurve ich glaube hier geht es zu einem ausgang ich guck gleich mal uns fehlt noch eine mission ich weiß ich weiß ich weiß ach guck mal hier ist ein ausgang zum ackerland hier drüben gibt es einen geheimen eingang man kann im endeffekt von der luftwaffenbasis da fliehen wenn da oben jetzt natürlich ein zaun wäre wäre das voll geil die folgen mir ah ok deswegen hier den weg lang da ist ein ausgang aber lass uns erstmal hier unten noch ein bisschen gucken war jet und hier geht es noch tiefer kraftwerk und sanitat hier unten ja die tür ist jetzt erst offen die war vorher ohne den strom zu so ich bin nochmal weg jo alles klar peinliche mama danke dass du da warst ich hoffe rums die bums hat dir gefallen und wir sehen uns dann die tage wieder zum streamen spätestens freitag ein großer hangar ja hier links geht es lang und gute nacht erhole dich schön noch hier geht noch ne tür auf na hier ist wieder nur rumleitungs zeug ich glaube ich höre hier ne zecke oder irgendwas oder fernseher oder computer oder irgendwas brummt hier mach mal auf rote zecke hier sind die generatoren wieder oh ping da oben ja denke ich mal aber hier sind die anderen generatoren dinger was war das denn weiß ich nicht bestimmt eine selbstmacht zecke hä alter was schießt denn da hunter hier hinten geht es lang ich glaube fast hier ist ein ausgang oder so nochmal ja ich sehe hier schon felsen oben durch die decke kommen ja hier geht es raus hier ist das airfield ja da ist der tank ich wollte gerade sagen du willst das ausprobieren ne vielleicht na gut dann hau drauf oder oder ja sorry hier kommt bestimmt gleich ein hunter durch gerannt oder so ja hören und darin muss immer raus locken der steht direkt über uns hier ich gehe hier Lade mal in. Wo? Nimm mal das Sturmgewehr lieber in die Hand. Ja, irgendwie, ne? Ja. Ja, ich glaube, dass das wirklich nur auf Distanz ist, wenn du wirklich einen Tank oder einen Harvester kaputt machen willst. Hallo. Viel Spaß, Arschloch. Ich hab gesagt, viel Spaß, Arschloch. Oh, oh. Noch einer. Ich weiß, hab ich nicht gesehen. Oh. Kann man nur kurz nachladen? Der steht da links um der Ecke. Kommt bestimmt gleich. Oh, oh. Ich hatte gerade dafür definitiv die falsche Waffe in der Hand. Na, Feuerwerk, was haltet ihr davon? Links, 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 links auf jeden Fall. Sehr gut. Rechts kommt noch was. Oh, scheiße, bin gleich tot. Ich weiß nicht, ich kann mich eigentlich auch nicht mehr holen. Hier steht da um der Ecke. Lade. Das kann umfallen. Um zu fallen. Das kann umfallen. Ja, der geradeaus fang ist, um zu fallen. der war gerade eben noch ziemlich lebendig alter ist das laut direkt über uns rechts ist noch eine aufpassen wir haben uns das ein bisschen kaputt viel spaß ihr penner direkt über uns auf dem berg stehen sie pass auf nicht dass sie gleich runter fallen auf dich eigentlich möchte ich das nicht alter und ich sage es noch waren hunden raketenwerfer es versperren mittlerweile den eingang und gleich leer was habe ich ja noch für munitionskiste hier mal hinstellen ja wenn du möchtest schmeiß ihn nun mal zum ausprobieren also wir haben auf jeden fall noch zwei hand da oben ping ping zwei dings sein magazin von normales warte mal bescheiß ich jetzt mal du kriegst auch 50er bmg davon wir fallen mir nicht auf den kopf panzer faust und rechts und rechts leer danke komm rein oh da kommt noch ein roter sehr gut hier neben mir ist die drohne ne weiß ich nicht aber die munition hast du schon leer gemacht okay eine gute nähe kommt es wirklich nicht mehr raus geht es gut jetzt sind sie glaube ich auf den trichter gekommen dass man hat jenny der tank ist sauer habt ihr jetzt verstanden dass man so ich kann ihn nicht töten mit einem magazin das nicht gut okay noch was irgendwo so kommt da jetzt noch was von oben ich weiß nicht ich höre gerade auf keinen fall was hier soht nur noch eine drohne rum glaube ich ich gehe jetzt mal aufs flugfeld hier 100 auf jeden fall noch 100 ein